Ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interior. Ich bin Katrin und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich koche leidenschaftlich gerne. Vor allem gerne in einer Küche, die schlau geplant ist. Ich zeige euch besondere Details, die bei der Küchenplanung ganz gerne mal vergessen werden. Ich zeige euch heute fünf Besonderheiten, mit denen ihr nicht nur eine gute Küche, sondern eine Traumküche plant.